Willkommen zurück zu Let's Play WWW bei BurgerLP. Das Abenteuer geht weiter. BfH ist online. Wir zocken gerade mit dem Martin, mit dem Manni und wer ist eigentlich noch da? Was? Das war ganz leise. Ich höre euch ganz leise auf jeden Fall. Die alte Gilde ist am Start. Wir sind am Leveln. So und jetzt müssen wir der Prinzessin folgen. Dann werden wir mal gucken was passiert. Da ist die gute Prinzessin. Die Sandalari müssen sich mit ändern. So, ich will mal schnell aufmountain, was wir da auch folgen können. Gleich. Ist das schon ein Sturmwind? Wir werden nicht lange lang sein Champion. Ja, ich auch. Ich hänge im Ladebeigen fest. Hast du uns ja so gut wie eingeholt. Innen und außen. Deswegen habe ich versucht die Horde zu töten. Dann kannst du wieder den Pfadfinder erfolgen und dann kannst du fliegen. Prinzessin. Ich habe keine Zeit. Jetzt bin ich auch da. So, irgendwo Gruppe oder was? Robert? Was? Wirst du Gruppe machen? Mal schauen, was du willst. Du bist. Ich freilich ruhig im Auge. Wenn ihr eure Pflicht nicht erfüllt, muss ich nicht anders finden. Ich suche gerade einen Berufsreinig. Und das Krüftreich zu schützen, wär's das Beste, wenn ich dieses Ding da nach Voltum verbanne. So. Folgt uns das Interlantarin. Steht und wart. Ihr habt nicht über das System zu entscheiden. Ja, also. Robin, worauf wartest du denn? Ich dachte, ich wollte das mal kurz an, aber ich steig' gerade auf. Wir haben ja mal den Kader her. Kommt mir auf der Kader erst gemessen. Aber er ist echt aufmerksam. Du kriegst den Modus aus, oder was? Ich habe Kriegsmodus an, aber ich stehe in dem großen Haufen. Ja. Sollt ihm einfach Respekt und lasst ihn reden. Dann schmeißt ihr euch wackelig so langsam an was? Eigentlich dachte ich die schon da. Ja, aber irgendwie tut sie doch nix, ne? Ja. So, jetzt. Kommt nochmal bestimmt zu ihrem Vater, dem König. Kommt. Ja, Zandala. Komm. So, der, gucken wir mal auf der Karte. Okay. So, da, da bin ich Martin. Ich kämpfe, die, die sich nicht selbst schützen können. Und ein Video. Ja. 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 Na ja, ich denke, dass sie da ist. Da kann ja auch Mut, die bei mir ist. Vorerst. Nur Sondalari durchs. so lange ich hier könig bin sag ich was gesetz ist das ganze ich bin die stimme der horde eine botschaft so wie in anderen ländern vertreter so und folgen wir dem mal solari klinge des königs anfang ist erwischt ich habe eure gefährten einfliegen lassen ohne dass general jack razzett was mitbekommen hat sie warten nur auf euer kommando hier ist aber echt schon viel los was kann man beiden kann man dann empfehlen das scheint hier unser neuer schreien der zwei munde so unser banner steht das ist sehr schön kommt champion ich führe euch rum ist uns rum es heißt das große siegel ist eins der wenigen dinge die älter sind als das im höhe junger sandalari denn das aufzugsbosser hier ihr findet euer nachtgeworne freunde der halle der uralten pfade sucht mich auf wenn ihr mit dem umsehen fertig seid ich hoffe dann geht es nur zum normalen questen äh irgendwie blöd was blöd ja die halle erkunden aber irgendwie oh hallo denn das ist jetzt so wie soll seht euch doch mal drunter wir werden nachschublinien zu den hauptstädten der horde brauchen da sind es ja alle wieder zusammen aus den alten addon ne da ist auch was ihr genießt offenbar immer mehr vertrauen bei den sandalari unten guck mal da da unten ah sagt das doch frei katzkammer so sprecht mit prinzess ein ok sandala für immer oh hier ist schon groß ja die pfade kann ich mal die brauchen wir ja aber ich hab gerade nur den für hinschrift klauen archäologie gefunden hier ist kochkunst hier ist kochkunst viel zu tun machts kurz äh wo sind die lehre rache für die gefallen in diesen seitenräumen da wurde die äh kunde quest abgegeben hast ok und mich um die bedrohung einer nördlichen grenze kümmern äh wo ist das da ist unten aber wenn ihr unsere magie nehmt braucht ihr den segen von meinem vater hier in suldazar seine berater haben sich gegen euch versporen da ist das fragezeichen das ist unten hm da ist nochmal der raum oh god da kann man sich ja verlaufen das ist nix für mich wir mit höhlen da höhlen sie noch alles um ein volk brecht mir präsent wir können nicht überall gleichzeitig sein ach da ist die bank ok alles klar dann haben wir wieder so ne spea karte wollen wir alle dieselbe gegend wählen und ich bin ja noch nicht da oben rum wo wollten ihr und von mir ich tun muss damit mein volk sicher ist mögen wir loa über euch wachen bobbin mir ist das auch nicht egal ich bin immer dafür den wald anzufangen das grüne gebiet kommt mir am besten an also ist das zu land da so oder ja ok dann starten wir doch wollen wir euch nicht erstmal in die gruppe einladen kommen entzündet einfach rausgehen wo fangen die jetzt an in den zu lander zu lander zu lander so hat er einen schneiderhändler schon gefunden nein da ist doch mein beruf das mache ich jetzt auch aber vz und juo würde ich gerne finden wo ist denn hier was habe ich denn als beruf bei den bergbau und kirschner habt ihr das schon gefunden ne aber da gibt es eine schlachtwache die kann man fragen echt ich sehe hier noch keine woche ich schon wacker was ist denn was ist denn was ist denn was ist denn wir müssen ja eh wieder hoch mani wo gehst du hin martin was willst du lernen ich suche grad den für jugo und vz einfach nur ums anzunehmen kochkursleiter habe ich schon mal gefunden ja habe ich auch im übrigen ich springe jetzt da oben mal vor der plattform runter hier gibt es auch noch auf hier gibt es auch eine aufgabe hier unten ne so bergbaulehrer ach da ist der aufzug obwohl das unter mani machen oder mani na du bist du hast den äh ich jetzt hast das du ich habe den robin den robin habe ich auch nicht aber der martin klar hast du mich bist du in der külse robin mit was für einem namen soll ich dich haben ja ich hab dich doch als dark wolf drin ach spartakus ja sagt es doch gleich so jetzt brauche ich noch einen vz lehre oh ich habe rausgefunden ok so und kräuterfunde brauche ich noch so dann werden wir erstmal die biefe skillen nehmen und dann geht es gleich weiter soo kräuterkunde oh das gleich hier jetzt wird Glück und die geister flüchtern von euch sieht es nicht so danach aus so den ersten den ersten die stadt gefällt mir jetzt schon nicht hallo Bruch hier wie kommt man aneinander ich bin gesprungen so und auf gehts wieder aber da musst du doch einen normalen Weg nach unten gehen ja bestimmt ah cool hier ist auch direkt der vz gegenüber wo ist denn der ist der oben oder unten unten sogar noch viel weiter unten als ich erst dachte und weiter wie hoch man das ist ja hier aber kompliziert wir können uns mal kurz die karte angucken ja ich bin ganz unten ich bin schon bei den wasserfällen unten achso dann wieder hoch oh ich sehe einen grünen punkt hier wo der rote punkt ane nein bis vorbei ah da hier rein und dann auf der linken seite oh perfekt auch ach das ist so eine pyramide erzähler ach ich komm langsam in die nähe da gibt es aber Quests wie es auch schon ach das die also schmiedig und zum Bergbau ist beieinander ja der Bergbaulehrer ist da wo ich stehe und Schmied ist daneben und hier ist noch irgendwo eine Quest zum klären genau ja aber die Quest ist nur dass du gecraftelte items zerlegen kannst das können wir gerade irgendwie schlecht machen wir haben das crafting verändert dass du jetzt hergestellte items zerstören kannst um Material zurückzugewinnen okay nett oh wir haben eine Hose zum zerlegen dazu gekommen also kann man es doch schon machen verschrotten 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 ja das habe ich best ja da muss ich jetzt auch nochmal runter und das dann zu verschrotten so jawohl ach die muss man da reinlegen oder was ja die Hose muss man da reinlegen und dann ich begebe mich mal zu einem riesen Fraggezeichen ja ich klettere auch da die Pyramide hier hoch warum hoch? achso ich bin da nicht immer schon weiter hm 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 so hier können wir auch aufmuten was jetzt haben wir hier machen wir mal nachschauen was ich jetzt da gelandt habe und dann gehen wir mal hier runter für mich keine mabs so runter wo war denn die Aufgabe hier oh okay sind lustig die Dose die mag ich und weiter runter wo war das denn jetzt gleich mit der Auffassung ich habe ich keinen Fall wo ich hin soll so Richtung zu mir wahrscheinlich ja aber ich habe bin schon wieder oben in dem Gebäude drin und ich kriege immer noch angezeigt dass die Sachen wo ich hin soll noch höher sind Archäologielehrer brauche ich noch der war in den ursprünglichen doch hier war alles mit der Hose zu zerstören auswildern können wir gleich mal hin das ist doch großen Siegel da kann man jetzt einfach wieder nachlaufen oder wie? da gibt es ja wieder einen Aufzug oder wie? ja kommt bald wieder sehr schön schrottreif das ist ein roter Punkt der ist bei dem Archäologie auch erledigt Archäologielehrer sowieso und wir haben auch jetzt gerade zu den Neuen Ättern von unseren Raptor rausgeholt wenn ihr es nicht schon gesehen habt ja nochmal zu der Aufgabe nochmal hin also ich habe jetzt alle Aufgaben soweit angenommen und abgenommen außer mit dem König muss ich noch sprechen da warte ich jetzt auf euch wahrscheinlich kriegt der uns auch gleich hin ja ich habe gerade mit dem König gesprochen ne also der schickt dich nirgends wohin ok ich muss zuerst etwas anvisieren bei dem gibt es halt mehr Quests oh wei oh wei wirklich haben wir das auch schon abgegeben angeln scheiße also ich finde schon geil den Palast das ist schon geil gemacht bestimmt irgendwo im Wasser also was ist denn das für ne scheiß Quest wird sie für scheiß Quest jetzt schon so müssen wir noch weiter hoch so wie kommen wir denn jetzt nochmal zu den hoch das war glaube ich hier genau den Fahrstuhl brauchen wir dann können wir gleich zum König dann können wir nochmal mit dem sprechen bevor wir alle gleich starten da ist der König da musst du mit dem Ork äh und dem Hausspeisen mit dem Dino das ist eure Schuld Prophet also kümmert euch doch den Flugpunkt entdeckt euer Wunsch ist mir Befehl euer hat er entdeckt aber ich habe vorher gesehen dass Woljamba nicht durch meine Hand stirbt dann nehmt unsere neuen Sprecher mit dann nehmt unsere neuen Sprecher mit Problem gelöst naja am Hafen haben wir auch eine Quest ne ja ist das die Hauptquest ich weiß es nicht also wir haben eine hier an dem Hafen das ist der Rata Zancho und dann haben wir ja noch da wenn du die Stadt verlässt das Teil Grupp ich vermute bei das Teil Grupp ist dann die äh Haupt Storyline ja da musst du dann irgendwelche Vieche töten die Pokaluristen oder wie die was denn genau die habe ich jetzt aber noch nicht gemacht weil ich auf euch gewartet habe ja dann machen wir die doch mal kommen ja warte ich muss gerade den Propheten folgen dann kann ich kommen das ist wieder Ausrufezeichen da hinten ja das ist die Demon Quest viel Spaß die könnt ihr aber machen das ist nur eine der hat auch auf dem Weg dahin wo ist denn jetzt der Propheten der ist auf einmal verschwunden wo guckst du rum ich bin gerade war ich beim König und dann sollte ich doch den Propheten hinterher laufen oder soll ich mich mit denen irgendwo treffen ich komme jetzt zu den Pokaluristen wir können uns ja da vorne dann treffen alle genau ich stehe dort dass wir das alle zusammen starten warte ich komme ja die Stadt ist schon wieder geil gemacht aber wieder zu kompliziert mit den ganzen Ebenen das ist schon fast nach Unterstadt da gewöhnt man sich sicher dran bestimmt so dann muss ich hier lang habt ihr auch alle eure Raptoren raus geholt dass wir uns mal ein bisschen anpassen ihr wisst so Integration hier ne ok alle gleich machen und ich würde den Violettfarben Raptor empfehlen nein nein ok wer war das keine Ahnung aber sie wollen uns töten warte ich war mein Ziel ich bin da ich habe kein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich hab den ersten Stoff gedootet wuhu blitzet du Pro-Gamer du ja und der Manni der scheucht nur wegen dem Dino rum ja was muss ich jetzt da machen ja vorlaufen würde und so'n Typen in den Arsch beißen Prüfung wo seid ihr denn hier wir warten gucken ein bisschen doof müssen wir die nicht anquatschen oder irgendwas einsetzen ja aber wir dachten ich dachte wir warten noch Manni wo ist der Manni wo ist der Manni der treibt den Dino wenn du zugehört hast achso wo treibst du den denn hin hä zu einem Händler von einem Troll hä ja du darfst dich nicht von den Wachen erwischen lassen das ist ein bisschen komisch ja ich mein es ja schon fast das Ziel oder ich habe kein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ordnen wir einfach ein bisschen bis Manni da ist ja ja wie kann man die jetzt rauslocken aus ihrer Reserve du musst dir mal dieses Totem bei der Quest stellen wie beiß ich denn einfach bloß anklicken achso Erzähler alles klar ich habe kein Ziel ich brauche ein Ziel die fallen aber schnell um naja wir sind noch relativ hoch gekippt halt fürs neue ja wenn du hier vom vorigen nur mit Level Gear ankommst werden die wahrscheinlich eine höhere Herausforderung sein hier ist der nochmal der Raptor möge Parku eure Feinde finden bevor die euch finden hier müssen wir dann gleich auf Patrouille gehen da ist er hast du die schon angenommen? ich habe sie nur angenommen aber noch nichts anderes dann warten wir mal bis der Manni da ist weil dann können wir hier nämlich kloppe kloppe machen wie seid ihr eigentlich auch da hinten? der dauert noch bis die Karte mal geladen hat bei mir komm wir schon komm wir schon so da hat es jetzt Azarit gegeben ne? ok Soldat der Horde ja ihr seht ja ihr seht wir sind immer noch sehr gut dabei wir warten jetzt auf Manni und dann geht es gleich weiter hier ich muss zuerst etwas anvisieren wo ist er denn der Manni? er ist da muss jemand den Tod dem Ding stellen und dann werden die Bilder ich brauche ein Ziel ich habe kein Ziel zumindest manche von denen oder bin ich zu der falschen Gruppe gelaufen ok auf Mountain wenn die nicht rot werden kannst du es vergessen und weiter laufen du musst es halt immer weiter versuchen weil es klappt halt nicht bald den Raptor holen wir doch ach der feine er hat einen Gold Raptor ich ich brauche ein Ziel ich habe kein Ziel ich habe kein Ziel guck mal guck mal und Manni ist sogar äh sauerfang treu ergeben ohne Schultern der erste der es merkt und der hat sogar einen geraden Rücken oder? ja ja das hat mich schon immer aufgeregt die waren nicht rot die waren nicht rot was war denn das? keine Ahnung ich habe einen bisher alle 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 müssen wir noch mal zum Eingang laufen nach vorne guck mal hier sind neu gespawnt die werden bestimmt böse da sind die hart durchgrenzt der hat alle gepoolt der ist alle tollen wenn die eine böse werden doch hier die sind ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein Ziel und du nicht vergessen natürlich oh ich habe einen Stoff gelootet gib mir den der hier war schon ich muss zuerst etwas anvisieren 6 von 9 war nicht so viel los oder deutsch das? ich glaube das ist 4 FC viele sind schon weiter und dazu kommt natürlich das phasing was dafür sorgt dass es nicht so schlimm wird die packen ja immer sobald der Server ausgelastet ist die neuen Spieler neu das ist ja nicht so wie früher dass der komplette Server dann ist ja auch schon die müssen mit denen wo hier steckt die haben auch nicht geklappt so wir suchen immer noch paar da steht schon tot ja für den Manni mal gucken das ist halt nochmal in die andere Richtung da kam wer her aber ich beende solange die Folge ich sag euch bis gleich bis zur nächsten Folge bei Let's Play WW bei BurgerMLP ich danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge auf Wiedersehen tschüss 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 tschüss